Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Verweinte Front anzunehmen bei Erste Arcanist in Taliswa, in Shalavan, das sich in Suvamar befindet, an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, nehme die Quest gleich mal an und bekomme das Quest Item Frucht des Sarcandor mit, damit soll ich so Flüchtlinge aus Suvamar heilen, da kann ich entweder diesen hier der Patrouillier anklicken oder hier stehen auch noch ein Haufen, dann dahinten, ich klicke jetzt einfach mal diesen hier an und dann klicke ich das Quest Item an, sollte es bei euch nicht neben der Quest sein, habt ihr es im Inventar, da ist es, dann darf ich auch schon die Quest abgeben Quest ist abzugeben bei Erste Arcanist in Taliswa, in Suvamar, an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, das Ganze in Shalavan, hoff ich konnte euch helfen, ciao!